Da gewinnen sie... jetzt? Ja! Hallo! Leute? Ja? Wie ist das so? Sehr RTL! Die Klingelstimme war besser! Die Kleine? Ja! Aber sie hatten ja gut, oder? Was? Hier! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich auch! Nein, das bin ich! Ach so! Siehst du damit sorgen, dass ich fit bin? Ja! Nein! Doch! Ups! Was? Toi! Harry! Oh der kommt! Der kommt! Der kommt! Nein! 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 Mann. Mein Vater! Nein! Was? Friare! Friare! Ich hol gleich den Rattenpanzer! Nein! Ich mach ihn! Ja! Sehr authentisch! Wegen Autos! Die Autos! Ja! Warte! Deine Eltern sind auf Süd! Ja! Und deiner auch! Ja! Woran liegt das wohl? An dir! Die wollen weg von dir! Nein! Doch! Nein! Sonst hätten sie dir Essen da gelassen! Aber doch! Aber... Okay! Was willst du sagen? Aber nichts Gutes? Nein! Hast du den Vogel gefüttert? Nein! 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 Ja! 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 So, Gregor, denn wir waren im Stimmbruch. Tempo Gegenstoß. Ja. Die Betonung liegt auf. Stoß. Ich habe mir heute schon Frikadellen alleine warm gemacht. Geil. Waren die gut? Ja. Geil. Wie lange hast du gebraucht? Und wie lange hast du begoogelt? Was für Kugel. Das steht im Kochbuch. Das war die Bedienungsanleitung der Mikrowelle. Ja, das steht immer nur mit Frikadellen benutzen. Weil sonst... Sonst explodiert die. Oh. Ui. Oh. 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 Die sollen... Die sollen nie... Walruf. Gut, cool. Danke. Das warst du nicht, du. Aber ich sage das nicht. Danke, 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 danke. Du hörst dich an wie ein kleiner Maulgeruch. So spielt er auch. Du hörst dich an wie eine Ameise. Aber eine Rute. Achtung! Der Bein muss weg! Ja, hier! Dun 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 dun! Was für eine Parade! Was für eine Parade! Ich glaube, du brauchst einen neuen Kopf. Ich habe ein was für eine Parade! Vielen Dank.